Der Tag der offenen Tür am BG BAG Bruck bietet zukünftigen Schülerinnen und Schülern einen spannenden Einblick in das Schulgeschehen des Gymnasiums. Hier tut sich einiges. Es sind die Lehrsäle von Physik, Chemie, Biologie. Es sind die technischen Werkräume zu sehen. Die Turnsäle können besucht werden. Da gibt es schon gute Eindrücke. Ob explosive Experimente im Chemiesaal oder Schnupperunterricht in Mathematik. Für die zahlreichen Besucher war es mit Sicherheit ein informativer, spannender Nachmittag. Ein besonderer Fokus des BG BAG Bruck liegt auf Fremdsprachen. Daneben will man mit täglichen Turnstunden Bewegung in den Schulalltag bringen. Naja, die Bildungspolitik fordert das ja seit Jahren bereits, diese tägliche Bewegungseinheit und Turnstunde. Und wir werden jetzt Doppelstunden splitten, damit jeden Tag ein Fitnessprogramm für die Schüler geboten werden kann. Für eine authentische Einsicht in den Schulalltag bietet das BGB BAG Bruck neben dem Tag der offenen Tür die Möglichkeit, bis Mitte Februar an einem Schnuppertag in einer der ersten Klassen Zeit zu nehmen. Ja, das kommt gut an. Volksschulen, Volksschulkinder in Klassenstärke manches Mal oder Einzelbesuche sind gerne gesehen. Die kommen zu uns, erleben den Unterricht, wie er wirklich ist, ohne jetzt eine Show zu machen. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Sache.